Hallo liebe Leute, Mädels und Jungs, wer auch immer, wer gerade zuguckt, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VIII mit mir, Tim W.S.Dreff. Okay, wir haben ja letztes Mal in Duolette die Serienkarte ergattert und werden nun in der Haupthandlung weitermachen, indem wir in dieses kleine Waldstück Richtung Galbadia Garden gehen. Ich will mal kurz nochmal checken, Christus und Selfie sind im Team, denn jetzt werden wir nochmal in einen kleinen Traum mit Laguna, Kyros und Ward versetzt und es werden zwangsweise Squall, Christus und Selfie umkippen. Ja, ich wollte das eigentlich nicht gerade so vorspoilern, ich wollte euch nur schon mal vielleicht ein bisschen warnen für Leute, die mir irgendwie das Let's Play nachspielen, da gab es nämlich früher so ein paar Leute und naja gut. Äh, ich finde es cool, okay, aber ich würde es vielleicht manchmal ein bisschen befürworten, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen macht, ne? Aber genug gequasselt, wir machen jetzt weiter. Und natürlich muss jetzt mal zwischen mir und dem Waldstück ein Kampf liegen, das ist ja mal große Klasse, so. Aber ich reg mich jetzt nicht auf, wir flüchten einfach, tralala, bye bye. So, ach ja, by the way, Moment, das machen wir jetzt gleich, erstmal hier. Der Galbadia Garden müsste gleich kommen. Ich will es ja nicht direkt sagen, aber vielleicht stehen wir schon auf der schwarzen Liste. Wir könnten verhaftet werden und in die Nachrichten kommen. Ist doch jetzt völlig egal, kommt schon. Ich möchte wissen, was mit dem Ball im Garden passiert ist. Ich bin ja an allem schuld. Schließlich habe ich verraten, dass wir vom Garden sind. Glaubst du, dass der Präsident Vergeltung übt? Vielleicht. Also doch. Aber im Garden sind ja noch viele Seeds. Sie werden bestimmt nicht gegen die Galbadianer verlieren. Hängt von der Truppenstärke der Galbadianer ab. Das stimmt schon, aber... Ein toller Anführer bist du. Immer cool und besonnen. Macht es Spaß, deine eigenen Leute so niederzumachen? Ach, nicht schon wieder. Xel will von dir aufgemuntert werden. Das glaube ich auch. Alles okay oder keine Sorge. Das sind die Worte, die Xel hören will. Und was soll das bringen? Was mache ich denn falsch? Cypher würde genauso handeln. Durch solche Worte kann man wieder Mut schöpfen. Man sollte sich niemals auf die Worte anderer verlassen. Du willst wohl nicht begreifen, was? Halt endlich die Klappe! Hey, Squall! Was ist so... Dieses Gefühl... Oh, ich... Was ist los? Sie sind bestimmt wieder drüben. Ja, definitiv. Ich liebe diese Szene. Kiros, sind wir richtig? Ganz richtig. Ich will nicht wie das letzte Mal die falsche Gegend auskundschaften. Sorry, wir sind hier falsch. Wir müssen woanders hin. Äh... Nein, wir sind hier genau richtig. Komm jetzt, Laguna. Äh? Äh? Oh. Äh... Hm. Das war wohl die falsche Landkarte. Äh... Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, ich irre mich. Hm. Irgendwas stimmt hier nicht. Typisch Laguna-like würde jetzt, glaube ich, passen. Ach, ich irre mich. Aber, hm, ja. Ich bin mal so frei und sage, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Da ist was faul. Kein Bauch ohne Flamm. Wie heißt, wie ein Zentrasprichwort sagt. Du meinst... Oh... Oh... Du meinst doch Rauch, oder? Das war beinahe richtig. Klappe! Schnell die Ausrüstung nachchecken. Und abmach. Okay, Ausrüstung gerne abchecken. So. Christus ist nun Ward. Äh... Squall ist wie immer. Ausnahmslos ist immer Laguna. Tja, womit hängt das wohl zusammen? Hm. Dieses Geheimnis muss noch gelüftet werden. Und... Selfie ist Keros diesmal. So, Ward. Weil ich dich ja so ultra gern habe, will ich, dass du in die Mitte kommst. Weil... Damit das so wirkt, als seist du der Anführer hier in der Gruppe. Ich halte dich nämlich für... Naja, okay, nee. Ich will jetzt nicht so viel sagen. Okay, wir... Ähm... Folgendes. Jetzt müssen wir zwangsweise nochmal gegen ein paar Soldaten kämpfen. Aber keine galbadianischen Soldaten diesmal, sondern, ähm... Ein paar andere kleine Rabauken von einem anderen Stern... Okay, nicht anderen Stern, aber anderen... Anderen Gegend. So. Ward. Du kriegst dann nochmal 20 Tornado, weil ich hatte ja neulich nochmal ein paar... Ein paar neue... Nochmal ein bisschen was umgewandelt. Äh... Eisra, Eisgar, Fischflosse. Ne, hier brauchen wir nix. Äh, na, 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 nein. Zurück. Da, bitte. Bombersplitter. Feurer. Nein. Lebenswandler. Gibt's da irgendwas ultimativ Neues? Weihwasser. Mismirizeklinge. Ne, 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 ne. Sägezahn. Okay, warte mal. Sägezahn. Laguna. Du. Bam. Küchenmesser. Das kriegst auch du, Ward. Kugelwandler. Okay, dem wird mir... Okay, ne, 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 warte mal. Ich glaube, ich mach einfach mal aus Spitzekralle mal schnell Stahlmunition, denn aus Spitzekr... Weil Stahlmunition ist so ziemlich die... Es ist so ziemlich die beste, oder sag ich mal, die zweitbeste Munition in dem Spiel. Aber wozu brauchen wir Munition, verdammte Kacke? Ja, das Geheimnis wird auch recht bald gelüffelt, meine lieben Freunde. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. So, wir sind jetzt hier nämlich mit meinem lieben Dream-Team zusammen. Ja, okay. Schlaf. Äh. Nicht ziehen. Warte mal. Nochmal kurz abchecken mit, äh... Mit Dings. Ja, koppeln. Glitzra wird nicht. Schlaf kann von mir aus da bleiben. Äh, optimal. Äh, du machst auch Stärke. Du hast keine Zustandsveränderung. Okay, aber du... Bei dir muss es wohl immer wieder Dings bleiben. Glaube ich, ja. Tja, gut. Auf geht's. Irgendwie... Ist es hier eigenartig. Was ist das für ein Fels? Der ist doch nicht natürlich. Soll das ein Grabstein sein? Keine Ahnung. Zum Thema eigenartig. Warum läufst du denn so eigenartig? Was soll das denn heißen? Vorsichtig heranpirschen ist... Äh? Hä? Ein Esther-Soldat. Die tragen ja mal echt immer coole Uniformen. Hä? Laguna? Immer mit der Ruhe. Wow! By the way, dieses Battle-Theme heißt The Man with the Machine Gun. Einfach ultimativ schönes Battle-Theme. Okay. So, ähm... Wir sind mal so frei. Aua. Laguna? Mach du mal die Drecksarbeit. So, das sind Esther-Soldaten. Esther ist auch ein Kontinent, der aber momentan noch für uns unentdeckt ist. So, und jetzt müssen wir wohl oder übel nochmal kassieren. Warte mal. Irgendwas ist mir da jetzt suspekt. Oder auch nicht. Nee, doch nicht so. Potion erhalten. So. Der Auftrag lautet doch Aufklärung, oder? Warum passiert dann sowas? Frag mich doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Okay. Esther-Soldaten Nummer zwei. Gut. So. Es ist für jeden einen da. Also nicht drängeln, meine Lieben. Kiros. Okay, Moment mal. Ich glaube, Kiros hat gerade die litrigste Angriffskraft. Daher muss wohl, glaube ich, ja. Ward, weißt du was? Mach mal diesen einen da kalt. So. Und du darfst auch noch einen metzeln, lieber Kiros. So. So. Ja, wahrscheinlich kriegen wir jetzt ein Level ab. Aber es ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also, Leute. Wenn ihr... Hier, wenn ihr jetzt keine Erfahrungspunkte sammeln wollt. Und das Spiel auf Startlevel durchspielen wollt. Müsst ihr ab diesem Zeitpunkt eben Stein haben. Den Zauber. Da kann ich vielleicht auch mal irgendwann mal ein kleines Tutorium dazu machen. Aber ja. Irgendwann mal in der Zukunft. Wenn ich mal mit Esther-Facht durch bin. Okay? So. Oh, shit. So. Laguna wird definitiv jetzt ein Level aufsteigen. Und das heißt auch Squall. Level up. Okay. Potion erhalten. 3 AP. Queser-Kottel. Sirenen. Level up. Schön. Da kommen noch mehr. Das nimmt so kein Ende. Der Klügere gibt nach. Nichts wie weg hier. So. Ja. Ähm. Warum checke ich jetzt nochmal... GF? What? Keine Ahnung. Also manchmal werde ich aus mir auch nicht so ganz schlau so. Äh. So. Wir gehen hier entlang. So. Positives. Ich glaube, ich schätze es einfach mal. Positive Sache hier ist, dass wir natürlich jetzt nicht als Seeds unterwegs sind und hier einfach mal, glaube ich, flüchten können. Ohne, dass wir Minuspunkte für, äh, für unser Kampfhandeln bekommen. Das schätze ich einfach mal ganz stark. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich... Aber ich bin... Aber ich, äh... Glaub es einfach mal so. Okay. Aber trotzdem. Ja, ja. Ich flüchte, weil ich will gegen Gegner kämpfen, gegen die, die ich auch in Karten umwandeln kann, weil wir sind jetzt so nah an dem Zeitwandler dran, Leute. Und das will ich jetzt unbedingt auskosten. So. Der Zeitwandler hat nämlich auch einen ganz kranken Zauber. Parat. So. Weil er so... Ja, ja. Kranker Zauber. Ich meine halt einen Superzauber. So zum Koppeln. Wir haben zwar jetzt nicht genug Dino-Knochen dafür. Ja, aus den Dino-Knochen kann man nämlich einen Superzauber auch für Stärkekopplung, ähm, erzeugen. So. Okay. Und ich wünschte mir manchmal auch schon, ich hätte schon die Truppen-Ability-Gegner 0%. Oh. Leute. Eine Gaspah. Die ist ultra selten. Shell-Protest. Du hast keine Analyse. So. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Ähm. Analyse. Wie viel HP hast du? Das muss ich jetzt mal bitte wissen. Damit ich weiß, wie viel HP ich dir abziehen kann. Damit ich dich auch in eine Karte umwandeln kann. Das Ding hat 726 HP. Meine Fresse. Schwach gegen Gift. Und, äh, eine misslungene Waffe aus Esther. Die greift jeden Wahllus an. Mit dem Desionator löscht sie den Gegner einfach aus. So. Okay. Desionator. Das ist etwas, was Chris das auch kann. So. Ward, greift mal bitte an. Bitte nicht töten. Das wäre sehr, sehr nett. So. Und jetzt Karte. Bitte. Das muss jetzt funktionieren. Oh. Ich finde es so toll, wenn er die Harpune wirft. Perfekt. Wir haben eine Gäzberkarte erhalten und somit keine EXP und dafür AP und ein paar Items wahrscheinlich. Ja. So läuft das Spielchen, Leute. So. Keine EXP, keine Items. Okay. 2 AP, Schiefer, Geist 20%. So. Lass mal sehen. Geist 40%. Ja, weißt du was? Du kannst dann dich auch an die 40% ranwagen. So, Leute. Hier in der Gegend liegt irgendwo ein Schlüssel. Da liegt was auf dem Boden. Aufheben. Alten Schlüssel gefunden. Irgendwie zieht's hier. Ne? Meine hintere Hosentasche hat ein Loch. Ich finde ihn nicht mehr. Alte Schlüssel verloren. Na toll. Naja, was soll's. Man sagt, nichts ist billiger als umsonst. Billiger als umsonst? Hm. Ist was? Kommt jetzt. Ganz ehrlich. Die drei sind so cool. So witzig. So. Okay. Wartet mal. Hier war auch so ein kleines Spielchen. Und, äh, ja. Man kann hier nämlich jetzt einfach mal so einen Hebel, äh, aktivieren. Achso, der Hebel für die Fallschuhe ist defekt. Hm? Das ist es. Wenn wir das benutzen, können wir diese Idioten aus dem Weg räumen. Was hast du jetzt schon wieder vor? Wieder irgendwelche Späße? Ihr werdet es noch bereuen, so etwas gesagt zu haben. Wer das Genie nicht ehrt, ist den Gil nicht wert. Äh, meinst du damit etwa, wer den Gil nicht ehrt? Ah, Klappe! Wie auch immer, der Hebel ist fast kaputt, wenn wir ihn so noch ein bisschen verstellen. Und dann später jemand drauf tritt. Genau. Ha, genau. Wenn die Idioten drauf treten, macht es Bang und sie fallen runter. Hahaha, ich bin doch ein Genie. Lustig, lustig. Die fallen bestimmt auf so einen Scheiß rein. Wenn wir es nicht versuchen, werden wir das nie erfahren. Alleine deswegen werde ich es tun. Aber nachdem der Hebel verstellt ist, könnt ihr nicht mehr rüber. Man soll sich nicht sein eigenes Grab schaufeln. Soll ich den Hebel betätigen? Betätigen, ja. Jungs, ein Schritt zurück. So, wenn jetzt natürlich die Klappe aufgeht, wo Kiros und Ward jetzt stehen, wäre das natürlich voll. Auch irgendwie ein bisschen Laguna-like, aber ja, passiert natürlich nicht. So, das war's. Ja, wir können jetzt auch nicht mehr rüber. So, Leute, wenn ihr alle drei Falltüren aufbekommt, kommen euch später auf CD3 ein paar wertvolle Items, oder zumindest ein wertvolles Item zugute. Das ist eigentlich sehr, sehr nützlich und ja. Also nutzt diese Sache. Versucht alle aufzukriegen. Ich glaube, die wichtigste war sowieso jetzt die mittlere, daher ist eigentlich schon der Rest eigentlich gar nicht mehr so ultra wichtig, aber ich mach's trotzdem mal. Okay. Ah, nein. Toll. Wundervoll. So, hallo Esther-Soldat. Dich kann man nicht in eine Karte umwandeln, deswegen hau ich ab. So, aua. Kluchtergriffen. So, also, dann machen wir auch hier den Hebel mal. Futsch, vielleicht diesen Hebel auch? Soll ich den Hebel betätigen? Betätigen. Dieser Hebel klemmt. Er bewegt sich nicht. Lassen wir es. Ja, wir lassen es definitiv, ja. Aber. Da wird auf jeden Fall noch was passieren, Leute. So, wir gehen mal kurz. Äh, Moment. Hier ist noch so ein Schlüssel. Im Übrigen, wenn ihr diese Schlüssel, diese beiden Schlüssel da aufhebt. Diesen alten Schlüssel. Werden euch auch irgendwo, äh, werden euch am selben Ort auf Verbettet bei CD3 auch Items oder Draw-Punkte sogar zugute kommen. Und das ist eigentlich auch eine super nice Sache. Da liegt was auf dem Boden. Aufheben. Alte Schlüssel gefunden. Diesmal werde ich ihn in die Brusttasche reintun. Hahaha, ha, ha, Hachi! Schon wieder. Höh, äh, 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 äh. Ich finde ihn nicht mehr. Naja, er war bestimmt nicht wichtig. Alten Schlüssel verloren. Wundervoll. So, ähm, jetzt wartet mal. Ich glaube... Wart mal, wir gehen jetzt mal nach vorne. Ich glaube, die, diese zweite Tür öffnet sich. Werden wir jetzt Sprengstoff aktivieren? Mehr oder weniger? Moment mal, ähm. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht, verdammt normal. Und schon wieder so ein Ding? Gibt's doch nicht. So, okay. Fluchtergriffen. So. Oh! Alter, ernsthaft? Das waren nur ein paar wenige Schritte. So. Fluchtergriffen. So. Jetzt aber bitte kein Kampf. Das wäre sehr, sehr nett von dir spiel. So. Da. Ist so irgendwie eine Lunte, oder? Ah! Ey, Alter. Diese Esser-Soldaten sind aber ein bisschen penetrant, muss ich sagen. So. Jetzt hau ich aber ab. Trotz Überraschungsangriff. Ha! Ha! Wir haben uns nicht bemerkt. Hihi. So, okay. Okay. Leute. Was ist denn das? Zwei Lunden? Und ein roter und ein blauer Schalter? Ein Auslöser für Dynamit vielleicht. Hm. Ah. Ah. Hahaha. Die blaue, kürzere Lunte ist für den Fels hier. Und die lange, rote für den Fels irgendwo da hinten, oder? Hey Laguna, willst du etwa Sprengsätze zünden, von denen du nicht mal die Menge weißt? Das passt schon. Wenn hier der Zünder liegt, heißt es, dass wir hier in Sicherheit sind, gell? Mag ja sein. So. Was mache ich jetzt? Also, blauen Schalter, Fels vorne, Fels hinten, rot. Also erstmal... Ne, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Fels hinten. Weil wir wollen jetzt noch nicht abhauen. Hier sind wir sicher. Wir können ganz beruhigt sein. Uah. Hust. Also Laguna, was der sich manchmal traut. Absolut. Ja, naja. Dazu sage ich jetzt nochmal nichts. Das war aber kein... Das war aber ein großer Knall. Von wegen, wir können beruhigt sein. Habe ich euch das nicht gesagt? Man sollte vorher die Menge des Dynamits überprüfen. Das habe ich doch gesagt. Äh, ist doch egal. Uns ist doch nichts passiert, oder? So, und jetzt aber... Den Fels vorne, blauen Schalter betätigen. So. Gleich kommt die Explosion nicht wie weg hier. äh, so. Ich frage mich gerade, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe etwas ganz Blödes gemacht. Oder auch nicht. Nee, es scheint richtig zu sein. Es war leitere, als ich es mir vorgestellt hatte. War das schon die Explosion? Habe ich euch das nicht gesagt? Hier sind wir sicher. So, aber Leute, ich muss jetzt nochmal zurückgehen, weil ich will auch versuchen, diese dritte Tür zu öffnen. Und ja, da werden wir vielleicht jetzt mal kurz nochmal, wohl oder übel, zurückgehen müssen. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie das ablief. Ähm, mit, äh, wie man die Tür aufkriegt. Da bin ich mir jetzt ein bisschen überfragt. Dann müssen wir mal kurz hier rauf. Und dann... Nochmal die Leiter rauf, ja. Aber Leute, wisst ihr was? Wir sind gerade bei 20 Minuten. Ich spiele auch jetzt gleich nochmal weiter. Nehme noch einen weiteren Part auf. Aber ich muss mal ganz... Ich mach mal kurz Pause, okay? Bis gleich. Euer TMSRF und ciao. Also bis zum nächsten Mal.